Dann würde die Seele des Dorfes auf einmal nicht mehr da sein. Das ist so schön gesagt, wenn die Kirche weg ist, dann fehlt die Seele, dann fehlt das Herz. Ex-Arianz, ketzerisch, ein Dorf, was seine Kirche aufgibt, gibt sich selbst auf und dem fehlt die Kirche auch nicht. Der Förderverein hat derzeit 104 Mitglieder. Interessant, dass genau die drei Worte, die über diesem Kreiskirchentag jetzt stehen, auch so ein bisschen die Vielfalt unseres Programms widerspiegeln. Ich erlebe es auch immer wieder, dass gerade unsere Kirche auch die Schwelle für Leute, die mit Kirche noch nichts am Hut haben oder lange nichts am Hut hatten, einfach ein niedriger legt, mal eine Kirche zu besuchen. Wir sitzen in so einer großen Runde von Leuten, die sozusagen Ureinwohner waren und Zugezogener dazu kamen. Und da haben wir gemerkt, die Ureinwohner wollen ihre Landschaft erhalten mit ihren Mitteln und mit ihren Vorstellungen und die Zugezogenen wollen die Landschaft genauso ökologisch, nachhaltig, grün erhalten, aber mit ganz anderen Mitteln. Und wir haben als Ureinwohner auch wieder den Gottesdienst schätzen gelernt, weil wir den Zugezogenen mal darbringen mussten, was machen wir da eigentlich in Gottesdiensten, was ist denn Kyrie, was ist denn er seit dem Vater und das mussten wir denen ja alles beibringen. Und da haben wir auch viel gelernt. Ich glaube, das, was wichtig ist bei der Umnutzung, ist schon auch von Kirchenseiten her einfach erstmal eben die geistige weite Welt. Also dass man nicht nur versucht, die eigene Heimat zu schützen, sondern wirklich die weite Welt reinzulassen. Vor allem auch braucht es eine Gelegenheit, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die nicht Gottesdienste besuchen, dass die ihre Kirchen im Dorf zu ihrem Ort machen können. Das andere ist, wenn wir gemeinsam im Sozialraum Gemeinwesenarbeit machen und als Akteur in diesem Raum wahrgenommen werden und in dieser Kirche wahrgenommen werden, dann ist das ein geistliches Angebot. Dann sind wir da, wir sind Akteur, wir sind einer von vielen und wir sind einfach dabei, was wir jetzt ja gar nicht sind und das ist unser geistlicher Punkt. Wir sind dabei, wenn Leute in der Kirche oder im Gemeinwesen was machen. Und ich finde, das ist schon ein richtig spiritueller Ansatz. Wir haben die Kirche per Nutzungsvertrag vom Gemeindekirchenrat übernommen. Das heißt, die Kirchengemeinde nutzt jetzt sozusagen unsere Kirche mit, also unsere Räumlichkeiten. Das heißt, die Kirchengemeinde bezahlt auch einen kleinen Obolus dafür, geht hauptsächlich natürlich um Umheizung und ähnliches. Wir können uns von den Mitteln, die wir vom Amt bekommen, vom Amt Oberkrämer, die wir von den Mitgliedsbeiträgen bekommen, können wir uns, muss ich sagen, gut finanzieren. Funktioniert einfach. Ich glaube, wir haben Glück gehabt. Vielen Dank. Vielen Dank.